Oh, sieht nur am lecker aus. Nach einem was? Nach einem Ups sieht es gerade aus. Was hat er gemacht? Nichts! Ja! Also, sie sind schon mal aufgesteht. Nacktflitzer! An welchem Punkt sind wir? Wie weit sind wir zurückgesetzt? Ich besitze keine Armbrust. Ich besitze keine Armbrust. Nacktflitzer! 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 So, ich vermach mich jetzt auf, um neue Tiere zu erkundschaften und zu studieren. Wo sie für welche sich mich entscheid. Ich glaub das wird was Spontanes. Wobei Nacht ist, ne? Ernsthaftige Scheißrunde. Das ist, ne? Was läuft denn da? Zu gefährlich. Nein, nein. Kann man da eine Bohlaun? Mal ausprobieren. Ein großer. Nein, kann man nicht. Boah, guck mal, das Leveler. Meine Güte. Oh, klasse. Das geht ja gerade so weiter. Das geht ja. Alter. Was ist denn das für ein Gebiet? Geht der ne kaputt? Dann krieg ich kaputt. Wenn du irgendwie zu klemmer. Oh. 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 Ich will ihn halt umbringen, bevor er mich umbringt. Unerwartet. Ich habe keinen Bock, my para zu verlieren, ganz ehrlich. Ich habe keinen Bock, my para zu verlieren, ganz ehrlich. Also kann alles auf dem Server geregelt werden. Eben habe ich das Tier gefunden, das wir uns anschauen werden, begutachten werden, analysieren. Gut, wir halten uns ein bisschen weiter fern von dem Tier. Aber dann hier könnte die Kreatur dahinten so Springer erledigt haben. Sieht richtig ramponiert aus. Sand, die Kreatur ist doch gefährlich. Ich mache mich mit dem Fenner. Rot fühlt. Nutz nur den Steinen. Den gleichen Deck. Bild halt rauszufinden. Bild halt rauszufinden. Und jetzt noch ein Zwerdi. Gut, da kann man sich gleich im Rudel beobachten. Und jetzt noch ein Zwerdi. Und jetzt noch ein Zwerdi. Und jetzt noch ein Zwerdi. Das wäre gut. Sie bemerkt mich. Eine Probe wäre ganz gut. Ich könnte mal rausfinden, was er... Das hier, das könnte Probleme machen. Wenn ihr niedertrampelt, dann war es das auch noch im Busch. Dann hätte ich jetzt schon mal das Stuhlprobe. Ich will aber die Kreatur checke. Ich würde mich auf die Kreatur machen. Ich würde mich auf die Kreatur machen. Ich würde mich auf die Kreatur machen. Wir müssen abwarten. Da können wir nichts machen. Ich würde mich auf die Kreatur 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 machen. dann fangen wir mal an drin rum zu wühlen ja so fress in lauter ganze kerne überwiegend beere ich sehe überreste oder knochenteile schuppen oder so bin ich gar erster habe es eindeutig von dem pflanzefresser aus jetzt halt noch rauszufinden wo aber schwachstelle ist immer nur im kampf raus was sagen wir probieren uns mal okay er lässt sich nicht fesseln das ist äußerst schlecht und könnte schwachstelle ich denke die beine ist die schwachstelle ich denke die beine ist die schwachstelle wie scheint er auf die pfeile nicht zu reagieren wirken mal passt der etwa nicht oh er flüchtet ah ob er ernsthaft verletzt ist naja ist er aus dann probieren wir mal einen zerklick mit pflanze wow was eben mein lieblingsbeeren möchte schmecken machte ich auch dazu rein zur klappe die kreatur ist mir wohl mehr fleisch wie alles andere als meine körpermaße hat's hin und neunst schwech ach Gott ähm also ähm paarungswillige Partner was auch immer wo ist die eine kreatur Gehen wir doch bestimmt zusammen. Komischer Wendekreis. Oh, ein harten Schweifschlag. Das habe ich total unterschätzt. Wieder auf die Füße. Das hat ja beim ersten schon geklappt. Jawoll. Schön. Halt, die beide wieder entsammeln. Gut. Dann hole ich noch mal ein paar Beere. Kodex, ist das andere schon vorbei? Sorry. Keine Ahnung, wo hat der gerade gehunkert? Das sieht doch ganz gut aus. Das sieht ganz gut aus. Mit der Paste selber können wir sie zum Schlafverhalte. Gut. Ich habe aber nicht so viel dabei. Wenn wir uns gut einteilen. Ja. Das ist schlecht. Aber gut, das ist der Modserver, da passieren Bugs. Egal. Nehmen wir Kontakt mit Captain Phasma auf. Captain Phasma. Jawohl, mein Lord. Geben Sie mal Informationen und durch Stand der Dinge. Unsere Base ist nun von oben geschlossen. Jedoch hat der Baumeister bereits angefangen, die zweite Etage zu bauen. Ich habe diese stachliche Kreatur untersucht und kontrolliert in ihrer natürlichen Umgebung beobachtet und habe jetzt bereits zwei Exemplare liegen. Das scheint ein Pflanzenfresser zu sein. Ich werde mich wieder melden, sobald ich auf dem Rückweg bin. Jawohl, mein Lord. Brauchen Sie eine Sturmtruppler ein. Hat Sie Ihre Unterstützung? Sturmtruppler hier? Hm. Ja, Captain, ich den Sturmtruppler herhole. Aber wo ist meine Position? Das ist auch so schwierig. Am Schluss verlieren wir den Sturmtruppler. Hm. Nein, ich glaube, ich lasse mal keinen Sturmtruppler bringen. Nein, Captain Phasma ist nicht nötig. Sie werden den Sturmtruppler bei sich brauchen, um den weiteren Ausbau durchführen zu können. Over and out. Hattest du mich jetzt verstanden, oder? Das kommt gar nichts zurück. Die Tiere liegen lang. Das habe ich nicht gerechnet. Aber die ist ziemlich nützlich mit ihrer Stachle. Das ist nicht nützlich mit ihrer Stachle. Aber die ist ziemlich nützlich mit ihrer Stachle. Da haben wir den Kadaver vom Springer gefunden. Und ich vermute, dass es die zwei waren. Und ja, deswegen habe ich die jetzt unerwartet und kontrolliert. Die Stachle werden uns sehr nützlich. Das ist noch ein junges Exemplar. Vielleicht wahrscheinlich das Jungtier von ihm sind. Hier. Ihm. Haben wir da überhaupt. Ihm. 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 Dann gilt es natürlich rauszufinden, ob die hier kräftig genug sind, um einen Menschen zu tragen. Das Mögliche ist gut. Wenn es nicht möglich ist, müssen wir mal gucken, wie es aussieht, wenn wir Droide benutzen. Ob sie Droide tragen können. Ich dachte, jo Mist, es weiß. Uh-uh. Bye. Vielen Dank. Tame dauert lang in Ark. 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 Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh.